Hallo. Hallo. Ja, wir sind wieder unterwegs heute und sind heute schon in Mulzenberg am Strand und schauen uns die bekannten bunten Häuser an. Jetzt werden sie als Unkarree-Kapier genutzt. Frühstück. Mit fast richtigem Brot. Was soll ich denn? Ich nehme meine Scheibe, die sie aufgetragen, wenn ich das nicht ausstelle. Und weiter geht's auf Bowlers Beach zu den Pinguinen. Da ist der erste Pinguin. Wer sagt um? Ich wollte übrigens mit den Pinguinen baden. Das sind jetzt die Pinguine. Die hohe Pinguine. Die werden zu ihren hohen Leiden verschäuben. Und dann kommt die Pinguine. Und dann kommt die Pinguine. Ich bin ein bisschen im Fluss. Und dann kommt die Pinguine. Ich bin ein bisschen im Fluss. Musik So, das waren die Pinguine und jetzt schauen wir weiter zum Cape Point Willkommen im Table Mountain National Park Wir wollten was zum Cape Point, wo wir jetzt an der Offen und Wien Denig geht es auf dem Guttmahl, ja. Sollen Sie da? Ja So, da geht Aachen, am Richter Wir schauen uns zu Fuß machen oder mit der Banken Musik Ok, nach der Bahn waren trotzdem noch ein paar Stunden Seht ihr die Ameisen auf dem Leuchtturm? Die Ameisenstraße, Raphael Ja, genau Ja, genau Musik 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 Da können jetzt die Flying Dutchman Mit dem Zug sind wir einfach gefahren Weil wir zur Fahrbahn zum Glück Dafür gehen wir runter Oh, es ist eine andere Leitze Ja, alte, gebrechliche Da ist die Gruppe Chinesen von Baldur's Beach Da springt eine über die andere drüber Darum heißt sie auch Flying Dutchman Und die andere von dort runter Das ist ein Strauß, der wir uns ja erst gehabt haben Da können wir noch zwei nachher gehen Es gibt eine Warte so lange zum Foto machen Ist doch toll, oder? Ach du Scheiße Dann schauen wir mal, ob wir da ein Foto kriegen Ich glaube, wir haben nur Glück gehabt, die Schlange wird auch länger Die Schlange wächst Die Schlange wächst Die Schlange wächst Ich kann schütteln ein bisschen Ab hier noch zehn Minuten Das ist ein bisschen Höhen Es ist ein bisschen Das ist das Das war's. So, wir sind wieder zurück in unsere AirBnB. Wir hatten eine gute Hoffnung und in Cape Point das ganze Südliche von Kapstadt. Es hat ganz viele Landschaftsaufnahmen gegeben. Es war wunderschön. Wir sind rundum gefahren. Dann waren wir noch schön beim Essen. Und jetzt ist es fleißig beim nächsten Videoschneiden. Das wird. Vielleicht machen wir das. Das Material ist immer so schlecht. Hallo? Ich glaube, dass ihr das meiste doch filmt, oder? Ja. Was sagt ihr da schon? Ja. Ich glaube schon. Also, wir schauen noch was wir machen und dann sehen wir uns morgen. Tschüss. 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 Tschüss.